Hier ist Dark. Sechsten Abend mit der Nacht. Jetzt spielen wir hier wen anders. Lämmer, ich würde draußen. Okay, es kommt ein bekannt vor. Kann sein... Lauren Winter, klingelst du da? Nein, eher nicht. Kann sein, dass das schon mal... Dass das ein Letztest gespielt habe. Eine Demo. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Ah, ja. Letzte Tür. Letzte Tür. Wir dürfen überall. Ich glaube, links war es. Den Kopf war erst mal rechts. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Verdammt. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Okay, wozu denkt er sind wir gelandet? Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei. Okay? Ah, ja. Ich schufe mich mal um. Du solltest dich ausziehen. Deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Ich bin kein Kunde. Ach, scheiße. Ein Kopf. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Ich verstehe, es gibt gar nichts. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Verdacht, Johnny ist zu Hause. Verschwinden. Johnny. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielt immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an einem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um fünf nach Hause. Nur er nicht. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Nöse Top Manor. Wollen Sie? Hab aufgehört. Ich spüre mich schon nicht zu Hause. Polizei. Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Wissen Sie, ob etwas gefunden wurde? Hinweise, Zeugen. Nein. Sie sagten, er sei weggelaufen und würde bestimmt bald wiederkommen. Ah, ja. Und fand die Leiche nach fünf Tagen eine Origami-Figur in seiner Hand. Eine Orchidee auf der Brust. Eine Orchidee auf der Brust. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Oh, war nicht schlecht. Wir hätten uns schlechter machen können. Ich wollte nochmal nachfragen. Okay, nee. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Okay, kann ich mich hier noch mal gucken? Wahrscheinlich nicht irgendwelche Hinweise übersehen. Ich habe nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Es bringt nichts, Sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Ich muss hier weg. Äh, wo geht's weg? Okay, das ist doch nicht zufällig. Das passt sich doch nicht mehr in dem. Lauren! Lauren und auf, Baby! Ich bin's! Ich habe dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Und ja, Süße. Gibt's Probleme? Ich muss dich einfach sehen. Was redest du, Arschloch? Lauren! Ist alles okay? Mir geht's prima, klar. Verpiss dich, Männer! Sieht nicht so aus. Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ich bin die Wendung, ich komme mal. Verdammt! Kassiert! Die Cops sind schon da. Die Cops sind gar nicht mal so schlecht. Oha, bei der Abzündung darf jetzt nichts schief gehen. Oh nein. Oh nein. Ja, hau ab. Ja, piss dich. Geht's Ihnen gut? Oh. Oh. Erinnerungen drücken halten. Okay. Die SVD. Ja. 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 Okay, bin schon mal jetzt. Jetzt haben wir dieses Wettung. Okay, schauen wir sie mal um. Okay, die Presse ist da. Ja. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Aha. Die Stimmen sind wieder mega leise. Das kennen wir auch schon aus der Demo. Ja. Video Remo 1, Agent 47023, Norman Jaden. Dienstag, 4. Oktober 2011. FBA, Guillaume. Ja. 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 Da hinten. Die Super-Lieutenant-Carter Blake. Okay. Ah ja. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. 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 AIE-Eintrag. Unwichtige Probe. Stand von einem der Polizisten am Trab auf. Ah ja. Nevitatophon reinigt. Fantastisch. Na dann. Lieutenant Flech, Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Bleichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll fünf Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Auf Antworten. Ah ja. Und kommen Sie Jaden? Ich muss mal ganz kurz, das stört nämlich ziemlich. Ich stehe es danach wieder hoch. Das ist halt übel. Das ist echt übel. Ähm. Jede neue Szene müssen wir neu einstellen. Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um sechs gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Little. Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt, wie die anderen. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Toni, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Ah, ja. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem. Ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Mal schauen. So, dann ermitteln wir mal. Lauter Spuren. Das ist ein Vorhaber. Unweiligend. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab. Aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Aha. Ja, das ist relevant. Das heißt, das mit dem Punkt fangt. AI-Eintrag des Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermissen. Siehe Fallakte. Tja, wir haben schon mehr Rechte als die Kopsier. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmorte. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Sein Gesicht ist voller Schlamm. Wie bei den anderen Opfern. Ich finde, ob wir das übersehen. Joa. Nein. Oblassen. Beeindruckend. Die einzigen Spuren, die der Mörder hinterlassen hat, wollte er auch hinterlassen. Er wusste genau, was er tat. Bis zum kleinsten Detail. Ich habe eine Erinnerung, dass wir über die Gleise gegangen sind. Jetzt führe ich mich da. Und was können wir vielleicht hier finden? Aha! Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Noch nicht. Vielleicht von mir an lang der Gleise. Ich wusste nur, was hilfreich ist. AI-Eintrag. Rollenpartikel verschwinden im hauen Gras. Ist wohl das Ende der Spuren. Hier geht's aber weiter. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter standen. Aha. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Und dann hoch hier. Und daher der Schlamm. Oha. Die Leiche hat er gar nicht zu. Oha. Die Leiche hat er gar nicht zu. Das war nicht leicht. Wird's Mühe gegeben, der Mörder. Die Leiche hat er gar nicht zu. Das war nicht so. Aha. In dem müssen wir nicht so weit rückkommen. Vielleicht kommt nicht so viel links. Oha. Schleifstuhl. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Mit mir glauben kannst du mir mal schieben. Okay, hier geht es wirklich nicht weiter. Und rutsch. Nicht vor zu springen. Hier können wir noch ein bisschen gucken. Ich meine, die haben hier schon was sehr Gutes gefunden. Okay, trotzdem noch mal ein bisschen was passieren darf. Könnte ja sein. Gründliche Untersuchungen sind wichtig. Okay, nee. Ich glaube, das war es so weit. Ich bin jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Ne, ich habe alles. Ich glaube, wir haben ausgerechnet... ...befunden. Ich bin jetzt noch mal beim Ausgehen hier. Und von der Ecke noch was übersehen haben. Ich bin jetzt noch mit der Ecke einfach. Naja. Hier können wir uns nicht nehmen. Gut, dann gehen wir. Der beste Ehe. Der Säuge. und hier machen wir noch was AI-Eintrag, unwichtige Probe wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort ah ja na dann ich bin unkundlich jetzt hier noch was zu sehen den Krankenwagen können wir uns nicht angucken ich muss noch mal gucken jo na dann machen wir uns zum Acker ich schaue und ziehe noch eine suspekte Person um gut sei hier zieht der Kette am Antator zurück deswegen ich schaue mal lieber noch ok hier ist nichts die Beobachter die Beobachter na dann im Auto ist keiner oder da ist doch ein Hintersitz gebucht hier ist doch da ist doch das ist doch ich schlau mich das ist doch da ist doch ich schlau mich aus di Untertitelung des ZDF, 2020